hier sind wir zurück bei minecraft big business unter in unter der ständigen beobachtung und begleitung der folgenden personen mio ist dabei und natürlich auch der aronsul und beide sind gewillt die weltherrschaft an sich zu reißen oder irgendwie sowas nee das war anders du wolltest die weltherrschaft richtig ich ich bin ja auch kurz davor in deinem traum mein lieber nur in deinem traum zu viel was du 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 wünschst es ist nur in deinem traum wäre in meinem traum nein doch ich weiß dass du davon träumst dass die weltherrschaft annehmen soll danke auch du bist nur so zuvorkommt das gibt's gar nicht was denn jetzt ist er wieder selbst verliebt vorher war süß nix nix ich höre euch gerne zu wenn ihr eure liebesgespräche führt ist geil ne ja ich weiß überhaupt nicht geil oh doch und du weißt es wasser 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 eventuell leite ich das wasser hier runter und dann da runter oh mein gott ich bin ein genie nein oh doch und du weißt das nein ich muss weiter an meine baustelle ich bin so ein genie ach so nach wann war halloween 31 oktober ok gut dass wir nochmal gesprochen haben sonst hätte aron sein kostüm schon vorher angezogen und das wäre ein bisschen verwirrend geworden auf der arbeit egal was ich brauche aron will sich als boss verkleiden was denn los mit dir alles gut soweit und bei dir was denn los bei dir ich muss gleich mal ich muss gleich anfangen mir gedanken darüber zu machen wie ich mal ein gewächshaus baue und und was war es ja ja und ja und denken ist nicht meine stärke ach so ok was weißt du doch ich laufe irgendwie im kreis habe ich das gefühl das schlimmste ist ich weiß nicht wo es ausgeht das ist häufig so aron ja ist echt so ok und meine spitzhack ist bald kaputt da musst du dir eine neue bauen ja ich hab nichts mit ich bin so gut bin so gut bin ich sachter meint er gut bin ich ich bin so gut meinte er und starb jetzt hab ich mir wieder keine axt gebaut bin ich denn vom anderen ufer oder was hier los das ist unglaublich das kommt auch manchmal vor oh ii geh weg saftige grüne wiesen ich denke an saftige grüne wiesen während ich mein feld hier abernte weil es genau so aussieht was denn ist ja nichts schlimmes was ist denn los mit dir alles gut aron alles gut ich lade euch mal ein zu einer runde weizentee ohne scheiß weizenhanftee der gute das kann man dann in der nächsten folge machen in dieser folge komme ich ja noch nicht raus ne ne ich komme hier auch noch nicht raus irgendwann irgendwann mal das muss ja nicht das muss ja erstmal fertig werden hier das ganze irgendwo sehen wir uns bestimmt wieder und ich massiere dir den rücken und du fragst was bitte mach weiter oder bitte bitte hör nicht auf was ist ihm gegeben zu trinken ich hab gar nichts gemacht warum bin ich immer an allem schuld oh manu ich geh weg du bist in meinem direkten umfeld deswegen denkt das aaron ja ich geh aus deinem direkten umfeld dann denkt er es nicht mehr okay tschüss was oh gott meine münzen sie werden immer kleiner was ist los mit ihnen meine märten immer größer irgendwie ich hab wieder ich hab einfach nur durchs reine farben jetzt einfach 300 münzen aber keine frage was habt ihr geraucht münzen können weder größer noch kleiner werden die anzahl der münzen können größer und kleiner werden ja aber wenn ich mich anstrengen kann auch die münzen größer oder kleiner werden alter hast du das noch nie gemacht eine münze auf eine schiene gelegt damit das so platt wird voll geil nein hier habe ich glas das brauche ich brenn das meisen im norwana so hier muss ich dann gleich nochmal hier und so ne ach ich hab kein wasser mitgenommen ach hier bin ich überall fertig ey das ist ja cool hier habe ich schon meine ganzen sachen oh gott ich habe keinen überblick mehr neun ich schon oh ich bin voll den durchblick ich hab voll den durchblick wie gesagt alle alle werden alle werden bei euren lps fragen warum seid ihr nicht einfach auch so geil oh mein gott gar nicht wahr im ne doch genau so ihr wisst gar nicht was hier los ist ihr wisst gar nicht was hier los ist ihr könnt euch das gar nicht vorstellen ich bin keine wirtschaftsmacht ich bin die wirtschaft oh mein gott äh omg ich hab immer noch keine axt gebaut wohlgemerkt ok es ist normal dass ich mich frage wo ist meine axt so jetzt habe ich die aber gebaut ich sollte einfach mal alles abbauen und mit hoch schleppen aber irgendwie lauf ich immer lieber die treppen hoch und runter außerdem baue ich mir jetzt ne waffe ich hab irgendwie angst das nachts nein die strick geht nicht mehr was geht nicht mehr der kies trick doch jetzt geht doch der kies trick mit der fakkel achso ja ich weiß was du meinst ich weiß nicht was er meint ja man kann den fakkel darunter stellen und wie dann baut sich der kies sozusagen von alleine ab wenn er runterfällt der droppt da genau das ist auch cheaten und dafür musst du leider alle 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 steuer zahlen aber so geht es nicht ja das stimmt die will ich mit null münzen was bezahlen keine sorge wir finden schon wir finden schon einen weg dass du deine schulden begleichst wir finden einen weg in naturalien ich hab's gewusst die sklaverei geht wieder los ja mach doch nix ach nee du musst ja schon lange mein sklavern jetzt beschwerst du dich psst 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 ach ja psst da war ja was oder wie da war ja was nein sollte niemand wissen was so jetzt müssen wir eben gleich schauen was wir hier noch aus unserem land machen können damit es so schön ist wie ich mir das vorstelle möge er möge er schön sein da drin vor nicht vergessen möge er das land vor scheinern was creeper ah nee aron sohn versuchte in lava zu schwimmen der wird heute noch sterben ich nicht nein und er hatte wahrscheinlich alles dabei ist doch schön aron echt freu dich doch mal das leben ist das leben kann so wie viel zwei sticks das leben kann so kurz sein du kannst aber eisen mal mir kaufen wenn du magst meine ganze eisenausrüstung das hättest du mir auch schenken müssen das hättest du echt nicht ganz ehrlich das hättest du nicht wegwerfen müssen das hättest du nicht wegwerfen müssen warum hab ich die textur so beschissen gemacht überhaupt nicht hier sehen sie einen mann am rande der verzweiflung hier das ist wirklich mal ein mann am rande der verzweiflung hau er hat's nicht nur dein leben er hat's doch sein eigenes mann säckig mann ich lege null ausrüstung null leve null eisen es kommt vor aron sei nicht traurig komischerweise denke ich auch immer komischerweise denke ich auch immer so wie ich einen tag lang gezockt habe ja null irgendwas null erfahrung null aufgeräumt null freunde es gibt es gibt es gibt noch andere frische im teich ehrlich baue gerade mein badezimmer ja aber wie gesagt ich hätte uns aus eisen auch einfach schenken können das wäre einfacher gewesen jetzt habe ich auch ein steck eisen mann nur noch ein stick du aber junge ich habe nie mal einen halben so sieht es aus 36 kohle geformt dass dieses thema wird ja noch die nächste folge hier bei minecraft big business beschäftigen beschäftigen auch der aaron wird noch die nächsten folgen ein bisschen weinen aber keine sorge umso mehr der aaron weint umso besser richtig geht es dem rest ja wie mies das einfach ist was ist aber was willst du tun ja das stimmt allerdings muss der aaron sich wieder ins taschentuch schnäuzen ja und solange das nur das macht das sollte er nicht machen wenn er mich nur in spitz hacke mit alles was ich könnte euch ich könnte euch weizen und brot verkaufen und mass ich weiß ja nicht ob weizen für dich interessant ist mio ich habe selber weizen für meine tierzucht angebaut ach so weißt du doch du denkst du bist was besseres du denkst du kannst du denkst du kannst mehr weizen fahren als ich also du willst die competition ja irgendwie nicht gut gezockt alter warum hört mir sowas weil schlechten menschen immer gut geht aber nur du bist kein schlechter mensch da haben wir doch das ergebnis ja so ich müsste einmal ganz kurz eben schnell mal eben ganz eben ins bett warum hast du die welt ich lege mich schon mal hin ich komm mit die welt hasst dich nicht aaron oh sie hasst mich nein quatsch so ich lege mich auch mal eben hin was ich hasse dich doch nicht was was du bist nicht die welt sonst wärst du ein bisschen dicker oooh arsch liegen alle im bett ich ja nein aaron leg dich im bett der liegt ja im sarg ok ah es ist Tag geworden ein neuer Tag ein neuer dollar hihi aaron left the game achso was es kam auch sehr spät jetzt ich hab da ich kann nicht so schnell lesen achso tut mir leid du machst dich über beide schmecken lustig ja du arsch ach das sind schon 4 1,2,3,4 ach das ist doch schön ich brauch wieder ein bisschen also ich könnte euch äh Erde abkaufen und ich könnte euch Kies abkaufen und ich bin noch nicht fertig mit meiner Farm hier irgendwie hab ich die Karte geöffnet die ich dachte grad hoch was ist denn jetzt passiert also ich könnte euch Kies abkaufen ich wiederhole nochmal Kies bei Bethanem er hat doch gerade alles verloren auch kies gefahren aber das was in deinem dingen drin ist ist da noch in deinem dingen drin oder nicht wenn es im shop ist dann kannst du es ja kaufen das ist ja nicht das problem das was ich gefahren habe ist weg das stimmt ja also dann kann er doch das im shop kaufen wenn er was im shop drin ist dann kann er es kaufen ich könnte das machen sollte noch im shop drin sein das hatte ich ja gesehen wollen wir noch mal sagen dass das im drin ist im shop oder ja ich habe wieder runterlaufen die ganzen treppen und zu schauen was ich da jetzt noch habe sollte auch mal wieder wolle fahren ein bisschen essen und so und alles einfach mein gott ich habe gerade vier und ich habe gleich 400 münzen einfach nur durch meinen erfahrungen ja man jeden fall und mlg auch das ist wie ein genius ja auch das brauche ich noch nicht mehr zu meinen deathpoint zu geben ich habe ich brauche schafe schafe kann ich verkaufen der war gut gerne ich muss mein häusle ein bisschen weiter bauen das braucht viel arbeit viel zeit oder kam wieder die steuern aber naja steuern steuer schlägt in dein gesicht hast du gar keine kohle mehr jetzt oder was doch trotzdem so wenig ach quatsch du lügst doch kann ja nicht jeder so viel haben wie ich oh mein gott oh mein du gut dass es noch mal anspricht ich wollte es nicht sagen aber alter ich bin zu gut ich bin zu gut ja eigentlich ja es stimmt was soll ich jetzt lügen ne ok oh mein gott ok ich konnte es erst nicht sagen aber ja genau das aber genau das wieso kann man die ausstellen wenn man stirbt dass man seinen inventor drauf behält man nein weil wir hier fair spielen und das wäre nicht fair tun wir das also ich habe von anfang an fair gespielt hat jemand eichenholz ich habe selber noch eichenholz hat sich erledigt ich war nur zuvor zu gucken ja ich kann ja wohl mal eure träume ein bisschen zerstören oder die mit füßen treten salz drauf streuen ja ja so ist er der oster was denn hier los hier ist irgendwas faul moment mal da ist auch irgendwas faul ich musste mal eben das wasser stoppen irgendwas ist hier ja baufehler faul so da geht es da runter baufehler 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 ne ich hab keine ich hab meine baufehler alles gut war nur komisch aber komisches erlaub ich komisches erlaubt so mein heiß geliebter freund lava ist wieder da und diamanten setzen so schwer damit sterben wenn ich dort inHAMIKE serien der nicht zu früh harmon der besешь ich frage mich warum das wasser da so hoch ist und er der essentie hier dabei ein ganz minecraft zu verpangen bäm 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 brauche auch viel cobbzt sohn Bäm bäm bäm. Bäm 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 bäm. Hast du auch verstanden, dass der Lava verbannt? Ja, ja. Verbannt den Willen. Lashband Lava. Ich weiß nicht, warum das da so überschwappt. Das sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht doch ein Baufehler, wer weiß das schon. Habe ich nochmal... Da, da habe ich das Wasser an der richtigen Stelle gestoppt. Diamanten. Unfair, unverschämt vor allen Dingen. Unfair, unfair. Ich bin gerade gestorben, tut mir leid. Ich habe zwei Stacks Eisen verloren. Ja. Jetzt gönnt er mir das denn mal. Ah, da haben wir ein Loch. Aaron, du weißt doch, hier wird niemandem irgendwas gegönnt. Das ist richtig. Oh, ich habe noch drei Erde, perfekt. Geht's mit dem Thema Fair Play? Wieso ist das fair? Alter. Was hat denn Fair Play mit Gönnen zu tun oder nicht gönnen? Ich gönne es dir einfach nicht, was ist das Problem? Ich komme nur mit dem Creebor gleich stehen, wenn ich rauskomme. Ich hoffe es einfach, bitte. Ah, jetzt, jetzt sieht es doch anschaulicher aus. Ah ja. Oh, ist das so anstrengend. Plus Minus halt, aber wie es halt aussieht. Nicht jetzt? Ja. Ja, mach mal. Oder jetzt nicht. Doch, aber erst in der nächsten Folge. Ich habe schon wieder ganz die Zeit vergessen, während ich hier meine Planwirtschaft weiter geplant habe. Würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Minecraft Big Business. Schon wieder? Mal, pffd. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.